Hallihallo und willkommen hier wieder in Raft, ne doch in Raft, auf dem Raft, wir sind wieder fleißig hier unterwegs, ich bin hier schon wieder am Materialien sammeln und ja mit mir wieder die beiden Toms und der Moritz. Hallihalle. Das ist hier immer so laut bei den Motoren, ich muss mir hier ein ruhiges Plätzchen mal suchen. Ja? Welche Baupläne von den vier hier brauchen gar keine Baupläne mehr? Für selber. Ich arbeite? Ja. Super Ansprüche für mich hast du zumindest nicht glaubst. Oh gandell. Wir brauchen bald eine Menge an Kunststoff, oder? Und wir sind gleich bald an der nächsten Insel. Ja, gleich bald. So, wo sind denn eigentlich die Palmen, die bei uns hier wachsen auf dem Raft? Was ist mit Palmen? Wo die hier auf dem Raft wachsen? Ach da. Auf der Palmeninsel. Ja. Dann stelle ich meine mal dazu noch. Ne, knappe Finger ab. Ich schneide ihm zwei Stück Ei anzubieten. Ich bin mal das, was es im Moment im Realität nicht gibt, im Friseur. Wow. Brauchst du einen, oder was? Ich will mich nicht. Jetzt nicht in gehen, ne? Nur um das Platz zu stehen. Na klar, doch schon. Was ist denn der Blöderei schon wieder? Da ist er doch. Ich bin langsam. Dann bewegt dich mal schneller. Oh Tom, dein netter Tom hat schon nicht geangelt angestellt. Ich hab zwar für uns alle eigentlich geangelt, aber... Äh, Moment mal. Stopp, 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 Tom. Hm? Sieh mich mal ganz kurz, bitte. Was? Sieh mich mal ganz kurz. Äh, warte, warte, warte. Ich hab absoluten Friseur. Sieh auch. Oh, guck mal ganz kurz. Ja? Okay, guck mal, wir gehen mal ins Front of the Rout. Ja? Ja. Oh! 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 Ich sehe das. Oh! Ach so, wir haben jetzt so viele Motoren, deswegen geht das auf einmal so schnell runter. Oh! 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 So, wir machen jetzt mal Material, du musst werden. Jo, wir haben schon erdeckt, dann. Ja, ne, wir müssen kurz auf einmal so tun. Hat nur nicht gerade hier. Gut, dann mach ich auf jeden Fall mal was, will ich hier ein Reiseführer machen? Oh ja, ausnahmsweise. Ja, hurra! Autsch, das hat eh. Bis dahin. Auch nach dahin. So. Bremskramskiste hier. Ne Mo, passt. Äh, was passt? Wo passt? Oh, ich muss schon wieder was dringen. Wow! Wow! Ach so, so meine ich. Ja. Ja. Bitteschön. Ja, mal passt. Ja? Äh, ne, ich wollte eigentlich nur was ranlegen. Noch einmal, zweimal. Äh, kurze Frage, hat jeder einen Speer? Äh, ne. Ich muss gerade anmachen. Ihr braucht mindestens zwei. Wobei, wenn wir vier, dann braucht man nicht zwingend vier. Äh, jeder zwei. Jetzt braucht man schnell was anderes. Okay, mal kurz vollfressen. Andere Frage ist Lampe? Frage 2. Ja, ich bin schon dabei. Alles mit der Ruhe. Mo, kümmere dich mal ums Anliegen. Ah, ne. Ne, warte, 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 warte. Ja, ich war ich, ja. Ja, mach ich. Alles gut. Machst du? Ja. Weißt du? Wir müssen noch unten, oder? Jaja, warte. Die Zeit muss sein. So. Ich bin oben. Du bescheid, dann mach schon mal, wenn ich da auch nicht bin. Ne, warte. Warte, 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 warte. Jetzt gleich erst. Oh, ist noch einfach. Das ist aber ein Reinfall. Wow. So, Mo, jetzt. Ah, höh, hör jetzt auf einmal. Ja, Anker. Anker, Anker. Der macht grad den Motor aus. Ja. Jetzt Anker. Oh, ist hier schön ruhig jetzt. Kann noch alles gepasst? Mit Ruhe und Gemütlichkeit ist alles zu lösen, oder wie? Ja. Komplett. Aber immer. Hat noch einer einen Schwott? Nein, Schwott hatte ich doch vorhin auch hier irgendwie in die Kisten. Ja, die Kisten... Ja, ne, gut, die sind jetzt da. Haben wir noch genug Klipper? Wie lange ist die Folge noch? Kletterplans mittlerweile? Ja, ne? 15 ungefähr. Ich brauchte 4 Stück nämlich. Ich hab dir oben schon welche reingemacht. Soll ja nicht so lange dauern. Kommt nicht. Ich tu das mal. So, dann mal ganz kurz, bitte jeder mal kurz zu mir kommen, dann hab ich was für jeden. So, einmal für Gatti. Einmal für Mo. Warte, warte, warte. Mo, hast du? Noch nicht anziehen, bitte. Das würde ich. Tom? Ich komm gleich, warte. Wo bist du? Beim Richtung hier. Ja. Pfff. Entsehrichtung nicht. So, was wolltest du mir geben? Was wolltest du mir geben? Was wolltest du mir geben? Ah, hier liegst du vor mir. Äh, ist hier. Da hinten. Oh, ich liebe diese Spiegel. Äh, soll ich, soll ich das sagen, ich hab schon eine? Äh, muss. Boah, egal. Irgendwann wird's nicht. Ja. Nee, zu viert nicht. Das macht weiter. Da hab ich noch eine Idee. Äh, okay. Von mir aus können wir. Nee, 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 nee. Ah, wieder essen, trinken? Wir brauchen viel bestimmt. Äh, ja. Ja, genau darum geht's jetzt noch nicht gerade. Warte. Also ich hab zu trinken auf jeden Fall. Ich hab noch gar nichts zu trinken. Sollte eigentlich auch reichen. Deswegen, ähm. Tom Partei ist ja schon überall. Ups. So, jetzt muss ich noch mal kurz auf den Finken warten. Aber der hat eigentlich die ganzen Fische gefressen. Ja, ich hab was genommen. Ich hab die Kiste aber reingelegt. Ah, Leute. Okay. Äh, was denn da ist nicht? Ich hab einen Schot da reingetan. Nee, oder? Ich hab einen Schot da reingetan. Ich hab den Fischer aber vorhin da reingetan gehabt. Nee, den hat irgendwer anders genommen. Ja, dann weiß ich's nicht. Oh. Äh, irgendwas wollte ich noch mal. Wollte doch gerade Kartoffeln reinlegen. Ja, hier. Ananas. Ups. Äh, Ananas-Samen. Ananas-Samen. Da war doch eben Ananas-Samen. Wo ist der? Ich... Ich hätte... Einen hätte ich im Angebot gehabt. Ja, für einen wäre noch Platz hier oben. Warte, Gaki, ist das jetzt deine erste oder deine zweite Folge? Bist du? Die erste. Oben bei den... äh... Flankentübeln. Wenn jeder ready ist, dann können wir mal kurz pennen gehen und dann los. Ich bin ja noch voll am grillen, falls noch jemand das mitnehmen will. So. Was war jetzt mit oben? Äh, oben ist noch Platz für einen Ananas-Samen. Oder sowas. In den großen Pflanzen... Ja. Dingens. So. Ich schreibe es hier nochmal auf. So. Gute Nacht. Ich krieg auch im Bett. Komm. Schlafen Zeit. Ja, ja. Ich muss aber erstmal hier sonst wieder gar nichts. Ich muss mich um das ganze Team hier auch noch ein bisschen verschwissen. Schneller. Schlafen. Dass wir keine unterwegs verdustet oder verhungert. Passiert mit hier nicht. Äh, gut. Jetzt ist jeder da. Mehr oder weniger. Okay. Danke, du. Joho. 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 Okay, done. Let's go. And you let it go. Okay. Ah, oht解, das ist ein bisschen dunkel. Achtung wird gleich ein bisschen dunkel. Aber. Und bisschen gefährlichiacal sonst er oder er macht jeder wer schon in der Stadt einmal durch und einmal wurde ich habe Angst und da Taki wo bist du da bis auf der Beppe einmal live-side of America die stimmig sich schon ist so ab und rechts annehmen es ist schon heute die immer wieder spielen das spielen er hat das war ja klar Kuhn Koffer so steht einmal jeder Kuchen Achtung einmal dann alles schön ein bludern da hat es noch ein auch es wird die Schmerz kommen nur ich bin es ist das mit alle anderen Kinder vor hier ist noch Storch, Kunststoff, Mann, Kunststoff, äh, da ist noch Kunststoff und Knochen, ja, äh, gut, dann weiter geht die Bilder, oh, der ist ein Viech, dann hier einmal wieder raus und hier, äh, rein, so, einmal auch das gute Ding, und jetzt wird hier Guckis witzigster Part, das wird witzig, oh Gott, was kommt jetzt? Tom, Tom, haben wir das Bild noch? Hm, ich glaube nicht, nein. Äh, warte ganz kurz, ich muss ganz kurz was raussuchen. Ja, nee, brauchst du nicht. Doch, sonst schaffst du das nicht. Nein, dann machen wir. Äh, aber lass Gacki mal machen, das wird witzig. Wir probieren es einfach, das ist sehr langweilig. Du siehst auf den Dingern so Streifen, ne? Ja. Das sind die Möglichkeiten, wie du durch die gehen kannst. Und wir müssen da hinten, wo dieses grüne Ding leuchtet hin. Äh, komm rechts. Ja. Müssen wir auch hier unten rein? Nein, müssen wir nicht, wir müssen nur da hinten rechts rein. Nur da, wo jetzt, und es gibt immer zwei Lückenmöglichkeiten, ich suche trotzdem das Bild raus, weil ich weiß, dass wir es uns nicht schaffen. Aber wir können, ihr könnt ja schon mal anfangen. Ja, na und? Mit was sollen sie denn anfangen, Tommy? Äh, Frau Gacki? Äh, ich bin hier am drücken, da passiert nichts. Mo, du musst nochmal zu mir, Mo, bitte. Ne, du musst. Mo, komm mal zu mir. Könntest du mal deine Teile reintun? Also mit E kannst du dieses Ding bewegen und wenn du in die Mitte drückst, ziehst du die Dinger hoch. Nein, kann er nicht, erst wenn der vierte Teil des Generators da ist. Mo und ich, Mo hatte zwar ich eins. Ach stimmt, Wärme ist drei. Wärme ist drei. Ah. Nochmal zurück und suchen. Jo, müssen wir nochmal zu uns. Das ist gut. Das ist gut. Ja, das ist gut, der geht nicht von innen auch. Ja, ja. Wir müssen einmal außen rum, genau. Wo ist das? Ja, ja, da müssen wir. Schön lange suchen, bitte. Achtung, kommt ihr mit, weil da kommt das Viech schon. Autsch. Jetzt kannst du das Generator zahlen holen. Jo, hier kommen wir. Ich hab's. Hui. Vier Stück. Gaki, wir haben sehr lange gesucht, damit du immer noch in deiner Folge drankommst. Oh, ich kann mich ja jetzt mal verlaufen. Ups, jetzt bin ich jetzt bin ich falsch abgebogen. Wo bin ich denn jetzt hier? Oh, hier ist eine Ratte. Hallo Ratte. Oh, Ratte. Hallo, Dr. Ratte. Ja, wie geht's Ihnen? Ja, wir sind ja auch mit drei Mann oder vier Mann, die draufstehen. Ich hab' aber die Lösung, von der ist gut. Aber wir müssen uns ein bisschen probieren, sonst wäre es langweilen. Ja, ich hab' geprobt, jetzt ist es so zu sein. Und jetzt, guck mal. Ah! Ich hab' vergessen. Ja, ich muss ja erstmal gucken. Äh, wir sind da. Ja, die blauen müssen ziemlich in die Mitte. Absolut. Halt. Halt. Wollte ich den? Du musst es erstmal so machen, dass du, ähm, zwei immer hast, wo du suchst, das zum Rausschieben. Lass' ich euch das mal. Ja? Ja, bis jetzt gleich, Sekunde. Jedenfalls hat man daran die Richtung, die man aussuchen kann und muss halt da hinten, wo das grüne Ding ist. Kann man das Teil eigentlich so die Dinger aufdrehen? Nein, kann man nicht. Du musst die so nehmen, wie sie sind, sonst wär's vielleicht... Richtig. Ähm, es macht Sinn, von hinten anzufangen, weil du immer diese Lücken hier dementsprechend bauen musst. Ja. Sonst hast du im Britten... Am besten hast die zwei Lücken nebeneinander, weil du das dann leichter tausen kannst. Knobelaufgaben sind noch nie mein Ding gewesen. Äh, äh, äh. Kann da auch mal jemand anders bisschen drücken. Ich muss mir das erstmal genau angucken. Ja, äh, äh. Ja. 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 Ja, ja. Das war richtig. Ja, ja. Ich hab' die Lösung. Ich hab' auch grad gewonnen, dass wir... Ja, ich hab' nicht. Ja, ja. Ja, ja. 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 Ja, ja. 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 Und dann boxst du die graben Komponenten in die Garten angrabt hast. Ja. I'm on my way. Hm. Mhm. genau die blauen kommen erst später in die mitte rein perfekt oder so doch doch ich sehe schon was er macht das passt schon muss jetzt nur einmal wieder außen und anders geht es ja nicht dass das nervige das ist so eine zeige das kannst du nicht noch was ich dann muss zurück in den weg genau das nach da vorne und das war der rüber muss ich noch ich versuche das jetzt aus dem kopf raus so brauchen wir das stimmt so ein grünes mit dem karten liegen die noch anders oben drauf ich muss mal das gucken ich weiß jetzt noch nicht mal wo das l hinkam mir fällt gerade glaube ich nähe wir brauchen was anderes da ob sie das l erst mal am anfang kann das sein also das ist nicht ich glaube erst dahin das war nicht ein gerade stück am anfang aber ich würde sagen während die hier weiter spielen machen wir erst mal feierabend für den moment für die folge lassen wir sagen während die hier weiter spielen machen wir erst mal feierabend lasst gerne ein däumchen da kommentare und nächstes mal beim moritz wieder reinschauen link dazu ist in der video beschreibung also bis zum nächsten mal tschüss tschüss